So, guten Morgen. Samstag, jetzt muss ich auf die Uhr gucken, 4. März. Heute sollen es ja teilweise 18 Grad werden. Das werden wir heute Mittag auf jeden Fall sehen und ihr auch. Aktuell sind es noch 3 Grad, deswegen auch Schal und Jacke und so. Aber die Sonne scheint schon ordentlich und ich fahre jetzt erst mal ins Autohaus. Wegen dem neuen Auto noch was abklären. Also bis später. So, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund irgendwie sieht. So Autohaus mäßig. Ja, letzte unterschriebene Unterlagen vorbeigebracht. Auto kommt Mitte April. Datja Logan MCV, Komet Grau, der neue. Freue ich mich drauf. Kombi hat der Hund schön viel Platz hinten, weil so auf der Rückbank mit der Box immer ein bisschen uncool klar. Bisschen schräg vor allem. Wird geil. Werdet ihr auf jeden Fall dann auch ein bisschen Videomaterial zu bekommen. Vielleicht machen wir mal so ein JP-Like-Car-Porn. Mal gucken, ob ihr das auch rein hinkriegt mit meinem Handy hier. Ja, jetzt geht es noch kurz ins Toys. Also Toys Ass. Dann nach Hause. Bisschen chillen noch, sage ich jetzt mal. Und dann so zwölf, halb eins habe ich dann angepeilt mit Ray. Schöne Runde mit dem Tennisball, ein paar Tricks üben. Da seid ihr natürlich auch dabei. In dem Sinne, bis später. Ciao. So. Hi. Again. So im dritten Mal, glaube ich. War jetzt gerade im, oder wollte ins Toys, war aber noch zu, weil vor 10, die machen erst um 10 auf hier. Oder allgemein, keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich dann kurz im Tresma. Und habe hier drei Tennisbälle für Ray gekauft, die auch geile Geräusche machen. Also schauen wir mal, wie sie drauf reagiert. Und dann für den Bürokrieg, der am Montag starten wird. Zweimal eine Nerf-Gan für mich und den Kollegen. Ja. So. Ab nach Hause. Ein bisschen chillen. Und dann sehen wir uns nachher draußen bei der großen Gassi-Runde. Bis später. Ciao. So. Halb eins durch ungefähr. Zwölf Grad. Also deutlich wärmer als vorher noch. Ich bin schon wieder im Auto mit der Hundejacke. Da gibt man zwar eine Jakovskine-Jacke. Keine Schleichwerbung oder so. Aber Bote, vielleicht Gassi geht es halt. Hundi ist auch schon soweit. Hallo. Gleich geht es los. Ja. Tennisbälle dabei. Eine Hunde-Frisbee habe ich auch noch gefunden. Das probieren wir auch mal aus. Hat es jetzt auch noch keine Bekanntschaft gemacht. Und ja. Ab geht's. So. Und dann sind wir auch schon unterwegs. Ich gucke, dass wir ein bisschen aus dem Krieg kommen. So. Und dann kommen wir. Oh. Hallo. Hallo. Und dann kommen wir raus. Und dann kommen raus. Erfache. Super. Ein bisschen zur Seite. Und dann kommen. Ja fein, super! Ja fein, super! Genau drüben die Beine, super! Ja fein! Gib ihn mir! Sitzen! Sitz! Bleib! Und wohl den Ball! Ja klasse! Fein! Super! Ja! Oh, wie ein leckerchen Bild! Ja, 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 ja! Fein, Mann! Ja wo ist der Fall, hm? Ja klasse! Fein! Super! Ja wo ist er jetzt? Wo ist er? Ja fein! Dankeschön! Wir haben den neuen Ball schon mal gerade ein bisschen ausprobiert, habt ihr auch schon gesehen. Das mit dem Quietschen hat sie glaube ich noch nicht so ganz herausgefunden, aber kommt sie schon noch drauf, woher das dann kommt, gell? Weil da guckt sie dann immer so ganz argwöhnlich. Guck mal, willst du dich mit drauf kriegen? Ja! Ja! Fein, gell? Ja, ähm, hab jetzt noch mal zwei, drei Minuten zum Laufen oder so und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann spielen wir ein bisschen mit dem Ball und testen mal, ob du Frisbees magst, gell? Magst du Frisbees? Ganz schön Seite laufen, ja fein! Und wer schön Seite läuft? Also noch nebenbei an die Leckerlis kommen, der kriegt auch ein Leckerli, gell? Fein gemacht! Was ist das? Ja, super! Bingo! Platz! Warte! Ich will schon noch lernen, dass du den Ball nicht noch 20 Meter weiterkickst. Ein Fußballhund. Ja, ein Fußballhund. 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 Toi! Fein! 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 So! Das ist das Was habe ich dabei, sozusagen. Guck mal was wir hier noch alles haben, Mausi, ne? Wow, ein Frisbee! Müssen wir das mal ausprobieren. Ein Ball interessanter? Ist der Ball interessanter. Mal ausprobieren, wie die fliegt. Kommen wir den Ball hier rein? Ich wollte noch was trinken. Gucken wir mal. Da ist nämlich alles dabei. Da ist kein Arizona Ice drin, bevor jetzt jemand denkt. Da ist ganz normales Leitungswasser drin. Die Flasche ist gut ausgespürt. Kein Problem. Und ja, sie hat etwas los. Lassen wir einfach mal sie stehen. Hat es geschmeckt. Oh, das ist ein Mund. Oh ja, ein bisschen verschockt aber noch. So, dann legen wir einfach mal los. Super. Ja, fein. Ja, super. Ja, das hätte ich auch zwischengemacht. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Ja, fein. Klasse. Super. Ja, fein. Ja, super. Ich bin halt ein beschissener Frisbeewerfer. Das merke ich. Aber der Hund trainiert und ich trainier auch. Ja, fein. Super. Gibt es sie mir? Ja, super. Ja, fein. Was gibt es dann da? Leckerli. Ja, fein. Ja, super. Leckerli. Ja, super. Ja, super. Ja, super. Fein. Er ist verloren. Wo ist die Frisbee? Wo ist die Frisbee? Weiter rechts. Ja, rechts. Wo ist die Frisbee? Ja, rechts. Okay, guck mal.